Hallo Alina. Hallo Johannes. Schön, dass du heute wieder hier bist. Ich habe neulich wieder was erlebt mit meiner Tante. Ich sage dir, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Erzähl. Also meine Tante muss demnächst operiert werden, laut ihrer Aussage am Knie. Und weißt du was? Mehr wusste sie das auch nicht zu sagen. Sie kannte immer noch Datum und Ort, wo der Eingriff stattfinden soll. Das war's. Sie wusste nicht, warum sie am Knie operiert wird. Also was da kaputt ist oder was auch immer. Sie konnte mir nur sagen, dass es wehtut. Okay, da müssen wir uns wohl noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Ja, worüber man eigentlich redet. Also welche Fragen solltest du, beziehungsweise welche Fragen würdest du eigentlich deinem Arzt oder deiner Ärztin stellen in so einer Situation? Also wenn dir gesagt wird, du sollst operiert werden, was machst du dann? Ja, fangen wir doch mal mit deiner Frage an. Wo muss ich operiert werden? Welches Körperteil wird operiert? Da wissen wir jetzt das Knie. Genau. Der Arzt oder die Ärztin könnten dann sagen, Frau Christen, sie müssen am Knie operiert werden. Dann genauer gesagt, am Kreuzband. So, das ist ja schon mal irre. Und dann schließt sich daran auch die nächste wichtige Frage an. Wieso muss ich dort operiert werden? Also was läuft da schief? Der Doc könnte dann zum Beispiel sagen, Sie haben einen Kreuzbandriss, auch Kreuzbandruptur genannt oder noch genauer formuliert, Ihr vorderes Kreuzband ist gerissen. Das hintere kann übrigens auch reißen, aber das ist sehr selten. Herr Dr. Wimmer, können Sie mir das nochmal ganz genau erklären, beziehungsweise in einfachen Worten? Super. Sehr gern, Frau Christen. So läuft das dann. Das ist übrigens auch die nächste wichtige Frage. Was bedeutet meine Diagnose eigentlich genau, beziehungsweise für mich und meine Gesundheit? Der Arzt oder die Ärztin könnte dann zum Beispiel ein Modell vom Knie rausholen und dir zeigen, wo das Kreuzband im Knie sitzt. Oder er oder sie erklärt dir, dass die beiden Kreuzbänder im Knie einen Job haben, nämlich Oberschenkel und Unterschenkel im Inneren des Kniegelenkes miteinander zu verbinden und auf diese Weise für Stabilität in der Bewegung und so weiter zu sorgen. Also wenn dann eins der beiden Kreuzbänder reißt, wird das Knie instabil. Das kann sich auf das Gangbild auswirken. Da gibt es viele Dinge, die zu beachten sind. Also das ist einfach etwas, das sollte er mir schon einmal erklärt haben. Danke, Herr Dr. Wimmer. So will ich. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es noch eine alternative Behandlungsmöglichkeit? Also eine Alternative zur Operation. Frage in diesem Zusammenhang auch gleich nach Risiken, die jede Option mit sich bringt. Ganz wichtig. Du kannst auch nach möglichen Komplikationen fragen, wie häufig sie überhaupt auftreten. Ja, richtig. Und auch hier gilt, lass dir alle Alternativen genau erklären. Das ist wirklich wichtig, damit du eine gute Entscheidung für dich und deine Gesundheit treffen kannst. Aber gehen wir mal davon aus, dass du jetzt für die Operation entscheidest. Dann lässt du dir bitte einmal genau erklären, was auf dich zukommt. Also zum Beispiel mit dieser Frage. Können Sie mir den Eingriff einmal in einfachen Worten erklären? Also, was machen Sie denn jetzt eigentlich mit meinem Kreuzband? Okay, dann wissen wir also, was passiert und warum. Welche Fragen würdest du noch stellen? Ganz, ganz klar. Gibt es spezielle Vorbereitungen, die ich vor der Operation treffen sollte? Ist zum Beispiel eine besondere Ernährung nötig? Muss ich auf irgendwas verzichten? Oder sollte ich vor der Operation Medikamente einnehmen oder vermeiden? Ja, genau. Und diese Fragen stellt man am besten für die Zeit vor der OP und natürlich auch ganz konkret für den Tag der Operation. Dein Arzt oder deine Ärztin werden dir für den OP-Tag nämlich auch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie zum Beispiel unbedingt nüchtern bleiben. Also, du musst vor dem Eingriff definitiv nüchtern bleiben und darfst nicht essen und trinken. Ja. Das macht man übrigens, weil während einer Narkose wichtige Reflexe, das Runterschlucken oder Husten nicht mehr funktionieren. Und dann kann es passieren, dass Mageninhalt, wenn du da liegst auf dem Tisch, aufsteigt, in den Rachen quasi zurückläuft und anschließend dann eingeatmet wird oder in die Lunge läuft. Und das kann zur schwersten Lungenentzündung führen. Ja. Apropos Narkose. Wie sieht es mit der Frage zur Narkose aus? Ja gut, also die Narkose-Fragen, die stellt sich natürlich ein bisschen im Narkose-Vorgespräch, also im Aufklärungsgespräch mit der Anästhesie. Da kannst du zum Beispiel fragen, was sich da genau erwartet, also wie du in Narkose versetzt wirst. Der Narkose-Experte wird dich auch nochmal darauf hinweisen, dass du vor dem Eingriff nichts essen und nichts trinken darfst. Hast du gerade schon mal gehört? Doppelt hält besser sozusagen. Viele Menschen haben ja auch gerade vor der Narkose Angst. Würdest du das Thema mit dem Arzt besprechen? Ja, also ob ängstlich oder aufgeregt, ich finde es gut, damit offen umzugehen. Also man muss ja jetzt nicht einen starken Max machen. Frag ruhig ganz direkt nach, welche Risiken und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer Narkose auftauchen können. Das ist ja der Job der Mediziner, dir diese Ängste zu nehmen und Sicherheit zu geben. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es kann übrigens auch helfen, wenn man zu diesem Gespräch eine Vertrauensperson mitnimmt. Gerade auch, wenn man Angst hat oder aufgeregt ist. Und klar ist, vier Ohren hören besser als zwei. Sehr viel besser. So, richtig. Aber wenn du diese Fragen gestellt hast, dann bist du erst mal auf der richtigen und auf der guten Seite. Du bist gut vorbereitet und weißt, was auf dich zukommt. Ich würde bei diesem Gespräch aber auch nochmal abfragen, was dich dann nach der OP erwartet. Also zum Beispiel, wo wache ich auf? Was passiert dann? Werde ich danach Schmerzen haben? Ja, und ab wann darf ich eigentlich wieder was essen und was trinken? Die wichtigste Frage. Frag auch gerne, wie lange du im Krankenhaus bleiben musst, was für die Genesung wichtig ist und wann und wie viele Nachuntersuchungen nötig sind. Das ist eine ganze Menge. Also dazu machen wir am besten nochmal ein eigenes Video. Also, welche Fragen nach einem Eingriff wichtig sind. Gute Idee. Finde ich gut. Und wenn du auch bald eine Operation vor dir hast, trau dich ruhig, deinen Arzt oder deiner Ärztin Löcher in den Bauch zu fragen. Dir alles in Ruhe zu erklären, ist teils ihres Job. Also nur Mut. So, genau. Das ist die Aufgabe. Wenn du möchtest, dann kannst du dich mit deinen Fragen auch an das TK-Ärzte-Zentrum wenden. Die Telefonnummer findest du auf www.tk.de. Bis bald. Ja, bis bald. Gute Besserung. Gute Besserung. Drück mal vier Daumen. Drück mal vier Daumen. Dürfen, Windboi golden wird.